Servus, hier ist Martin von Songwriter Online und wir sind beim 17. Tutorial meiner Logic-Serie. Wir haben im letzten Teil mit dem Piano-Roll-Editor angefangen. Insgesamt das Überkapitel ist gerade MIDI. Heute gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe in dem Piano-Roll-Editor. Ich zeige euch die restlichen Funktionen. Ich zeige euch, wie ihr zwei Regionen gleichzeitig im Piano-Roll-Editor anzeigen könnt. Wie ihr das Raster im Piano-Roll-Editor verändern könnt. Und wie ihr quantisieren könnt und wie ihr relativ quantisieren könnt. Los geht's. Wir haben hier einen kleinen Track und den hören wir uns erstmal kurz an. Ja, oder auch nicht, aber jetzt. Diese Lead-Melodie, die hier drüber spielt. Die klingt für sich alleine so ein bisschen dünn, ein bisschen langweilig. Und deswegen würde ich gerne hier eine zweite Stimme drüber haben oder noch dazuspielen lassen, dass die Sache ein bisschen spannender wird. Und dadurch, dass ich hier ein monofoles Instrument gewählt habe, ich kann also nicht zwei Stimmen gleichzeitig spielen bei diesem Instrument, muss ich einfach diese Spur hier duplizieren. Und das mache ich über diesen Button, über neue Spureinstellungen duplizieren. Und dann bekomme ich eine Spur mit genau der gleichen Einstellung, mit genau dem gleichen Sound. Ich kopiere jetzt auch die MIDI-Information nach unten. Das heißt, ich halte Alt gedrückt und ziehe nach unten. Jetzt habe ich also zwei Spuren mit genau dem identischen Inhalt auch. Ich markiere jetzt meine Region von meiner Zweitstimme. Vielleicht benennen wir sie gleich um und nenne die Lead-2. Und öffne jetzt über P meinen Piano-Roll-Editor. Hier sehe ich also meine Zweitstimme, beziehungsweise ich muss ja noch eine zweite Stimme draus machen, weil es im Moment noch genau die gleichen Melodies wie oben beim Original. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen in die Musiktheorie gehen. Zweitstimmen bewegen sich meistens eine Terz oder auch gern Sexten um die Liedstimme herum. Und deswegen sehe ich hier, dass die Liedstimme hier in A anfängt mit ihrer Melodie. Und auf gut Glück ziehe ich jetzt einfach mal meine Zweitstimme, eine ganze Sext, eine große Sext nach unten. Und ich weiß, das ist C. Und lassen wir die beiden Stimmen einfach mal laufen und probieren unser Glück, ob es so funktioniert hat. Und es klingt ganz gruselig. Warum ist das so? Weil Logic nicht weiß, in welcher Tonart wir uns überhaupt bewegen. Und das müssen wir eben sagen, wenn wir solche Geschichten machen wollen. Unser Stück hier ist in A-Moll und das kann ich hier über die Skalenquantisierung jetzt eingeben. Das heißt, ich muss Logic jetzt sagen, in welcher Tonart wir uns bewegen. Ich gebe jetzt also hier einfach ein A. Und Moll ist schon eingegeben. Und ihr seht, dass sich jetzt hier einige Midi-Events, einige Noten verändert haben. Er hat also die Noten korrigiert, die nicht zur A-Moll-Skala gehören. Und probieren wir es jetzt nochmal. Und schon klingt es richtig. Es funktioniert nicht immer übrigens, aber meistens fährt man ganz gut damit, indem man einfach Logic die Tonart sagt. Und dann kann man sich hier ganz nett zwei Stimmen basteln. Wenn ich jetzt hier beide Stimmen im Piano-Roll-Editor sehen möchte, meine beiden, um die einfach hier im gleichen Fenster zu bearbeiten, dann muss ich beide Spuren markieren. Ich drücke jetzt einfach Shift und markiere auch noch die zweite Spur. Und dann haben wir hier also unsere beiden Lead-Spuren drin. Jetzt seht ihr schon, es ist natürlich jetzt ein bisschen chaotisch zu sehen, welche ist welche, weil sie gleichfarbig sind. Und die hätte ich gerne in verschiedenen Farben. Das lässt sich recht einfach erreichen. Ich klicke jetzt einfach meine Zweitstimme an und öffne über Alt. C, C für Englisch Color, öffne ich jetzt hier meine Farbpalette und dann färben wir mal unsere Zweitstimme grün. Ihr seht also, dass sich die Region der Zweitstimme jetzt grün gefärbt hat. Und wenn ihr jetzt hier im Piano-Roll-Editor, Moment, jetzt muss ich wieder beide markieren, dass beide drin sind, also wieder Shift-Klick, so. Jetzt haben wir wieder beide drin, beide Melodien. Und wenn ich jetzt hier oben auf Ansicht gehe und auf Notenfarbe festlegen, gebe ich nach Regionsfarbe ein und habe hier eine wunderschön eingefärbte Zweitstimme. Und so kann ich die jetzt super auseinanderhalten, meine Erste und meine Zweitstimme, und kann die bearbeiten und dann gibt es kein Chaos bei der Bearbeitung. Gut, hören wir es uns nochmal mit der Band zusammen an, ob das alles auch so passt. Gut, das passt. Das klingt jetzt vielleicht nicht so super cool, wie gesagt, es ist schon spät am Abend und ich war nicht mehr ganz so kreativ, was die Melodien anbelangt. Nichtsdestotrotz, wir sind knallhart und machen weiter. Damit die Sache noch ein bisschen spannender wird, möchte ich jetzt noch so ein paar weitere Elemente dazu bauen und da habe ich mir so ein paar Plugs hier vorbereitet. Die möchte ich gerne noch dazu einspielen. Und ich probiere jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Ich nehme gleich auf, vielleicht wird es gleich was. und spiele hier dazu, ich mute mal meine Liedspuren, damit ich nicht durcheinander komme und probiere jetzt hier dazu zu spielen. Wir sind in A-Moll und dann versuche ich nur was zur A-Moll-Skala gehört einzuspielen. Habe ich das nicht toll gemacht? Gleich beim ersten Take habe ich es reingehackt. Wir sehen jetzt also hier unsere Spur. Das ist jetzt noch dieses Grün. Das ist jetzt auch hier wieder Grün. Da nehme ich eine andere Farbe, dass ich die besser sehen kann. Vielleicht hier das Rot. Und als nächstes schauen wir uns jetzt hier mal die Quantisierung an. Gerade bei solchen Hallgeschichten hier ist es meistens sehr sinnvoll, wenn man quantisiert, weil sonst das Delay nicht richtig passt. Und ich gehe jetzt hier in den Piano Roll Editor. Ihr müsst aufpassen, dass ihr auch hier den Piano Roll Editor aktiviert habt. Das seht ihr in dem blauen Rahmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben reinklicke, dann seht ihr, dass ich jetzt das Arrange Fenster aktiviert habe. Ich kann also hier nicht arbeiten. Deswegen gehe ich wieder hier rein und blau umrandet, gehighlighted sozusagen, ist jetzt mein Piano Roll Editor. Damit weiß ich, dass er aktiv ist und dass ich hier arbeiten kann. Ich drücke jetzt Command A und habe also alle Noten mir jetzt markiert und gehe jetzt hier auf Sechzehntel Note. Und ihr seht, die Noten rücken jetzt in den Raster. Wenn mir das aber zu gerade und zu robotermäßig ist, kann ich die Quantisierungsstärke auch festlegen, und zwar über diesen Schieberegler. Wenn wir jetzt mal reinzoomen, er hat jetzt auf 100% die Noten hier in das Raster reingedrückt. Wenn mir das, wie gesagt, so robotermäßig ist, kann ich hier, wenn ich die Stärke runterziehe und ihr beobachtet mal die Midi-Events, seht ihr, dass er die Quantisierung praktisch so ein bisschen wieder rückgängig macht, also ein bisschen ungenauer die Quantisierung macht. Somit kann man den menschlichen Aspekt ganz gut erhalten. Nichtsdestotrotz lasse ich jetzt den Schieberegler aber mal hier auf 100%, weil, wie gesagt, mit diesen Delay-Sounds fährt man immer ganz gut, wenn man auf 100% quantisiert, damit die Delays auch richtig kommen. Schauen wir uns mal hier noch die Einrast-Modi an. Ich bin im Moment auf Intelligent und gehe jetzt einfach mal auf Takt. Das bedeutet, ich kann jetzt meine Midi-Events nur taktweise verschieben. Ihr seht also hier, wir sind hier bei Takt 2, hier kommt Takt 3. Ich kann jetzt nur taktweise verschieben meine Midi-Events. Kann sehr nützlich sein, wenn man ganze Akkorde zum Beispiel einen Takt weiterschieben möchte, dass man nicht durcheinander kommt. Gehen wir mal auf Beats. Beats sind meistens die Viertel von einem Takt. Und jetzt seht ihr also, dass ich hier 1, 2, 3, 4, 1, 2 und so weiter verschieben kann. Also ich kann jetzt etwas genauer verschieben schon. Gehen wir dann auf Rasterwert. Das sind dann meistens die Achtelnoten. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich kann also nur auf die Achtel einrasten. Genauer geht es noch nicht. Dann gehen wir hier auf Ticks. Und ich kann jetzt also hier genauer einrasten. Allerdings sehe ich hier bei den Rastern hier, ist die Sechzehntel gar nicht angezeichnet. Ihr seht, im Raster hier haben wir jetzt also Achtelraster. Das muss aber nicht so bleiben. Man kann nämlich diese Rastereinstellung hier auch verändern. Das macht man folgendermaßen, indem ihr hier oben auf euer LCD geht, auf diesen Pfeil hier, Entschuldigung, und geht dann auf Eigene. Was ihr jetzt hier seht, ist die Taktart. Wir befinden uns in einem Viervierteltakt. Und hier unten seht ihr die Achtel. Das ist der Rasterwert, der angezeigt wird. Achtet mal jetzt auf den Piano-Roll-Editor. Wenn ich jetzt also hier auf Sechzehntel gehe, zack, haben wir hier Sechzehntel. Hier bin ich auf Ticks und ich sehe jetzt auch die Sechzehntel im Raster drin. Eins, E und E, zwei, E und E und E und so weiter. Ich kann auch sogar 32 anzeigen. Und ihr seht hier, dass sich das Raster wieder verändert. Wir können sogar bis 128 eingeben. Aber solche Geschichten brauchen wir dann eher, wenn wir vielleicht ganz schnelle Soli einspielen oder für solche Sachen. In der Regel bewegt ihr euch meistens eher hier oben. Sehr nützliche Sache also. Ihr könnt es hier personalisieren, wie ihr es haben möchtet. Ich habe meistens Achtel. Und somit ist es eine richtig coole Sache hier. Das war es schon mit dem zweiten Teil vom Piano-Roll-Editor. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen, konnte euch ein paar lichte Momente verschaffen. Lichte Momente auch, wenn es hier bei mir schon dunkel ist und schon ziemlich spät und ich einen langen Arbeitstag hinter mir habe. Nichtsdestotrotz, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Demnächst kommen auch ein paar Mixing-Tutorials dazu. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wie viele Uhr es bei euch gerade ist. Bis zum nächsten Mal bei songwriteronline.com. Ciao!